Natürlich, oh Susi, nur nach Hause gehen wir nicht. Und unzählige Hits gehörten. Der Code, wer hat den Code sozusagen erfunden? Es wird immer in unseren Köpfen bleiben, der Code ist Frank Zander und niemand anders. Und vor allem ist es heute so, dass ganz, ganz viele Menschen aus seinem privaten Leben, aus seinem Künstlerleben, die heute mit dabei sind beim Schlagerrollen und die begrüßen wir alle, auch ganz recht herzlich, ohne sie einzeln aufzählen zu wollen, hinter der Bühne. Danke, dass ihr heute dabei seid beim letzten offiziellen Auftritt von Frank Zander, der nicht tot ist, er lebt und wir gelesen es. Und wir sind, denn auch hinter den Kulissen sorgt er immer für gute Laune. Ich habe ihn in mein Herz geschlossen. Wir haben schon so viele tolle Augenblicke miteinander erlebt. Und wir werden natürlich weiterhin Kontakt halten, ohne Frage. Aber für euch ist das heute ein wirklich sehr, sehr schöner Moment. Denn ihr dürft dabei sein beim letzten Auftritt von Frank Zander! Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Mütter und Kinder, endlich ist er hier bei uns. Der Wahnsinn aus Berlin, der Ururenkel von Frankenstein, der Nick Nickman, Fred Sonnenschein und natürlich Kurz. Alles in einer Person. Begrüßen wir ihn, den Meister aller Klassen. Hier kommt er mit Wucht und in Farbe, Frank Zander! Sander! 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 Oh, noch mal! Sander! 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Danke.